Erprobt unter den außergewöhnlichsten Bedingungen, bewährt im Alltäglichen. Wir vertrauen darauf, wenn es um unsere Jüngsten geht und stützen unsere Gesundheit darauf. Es versorgt uns mit dem Lebensnotwendigsten und das bei höchstem Anspruch an Hygiene und Qualität. Die Rede ist von PPSU, einem Werkstoff, dem wir so viel Vertrauen schenken, dass schon seit über 20 Jahren unsere Fittings für Trinkwasserinstallation aus PPSU gefertigt werden. Und das hat gute Gründe. So sind fränkische PPSU-Fittings frei von schädlichem Blei, chemisch beständig und korrodieren nicht. Sie bleiben formstabil, sind inkrustationsfrei und besonders langlebig. PPSU-Fittings sind zudem deutlich leichter, sowie günstiger und preisstabiler als Alternativen aus Metall. Unser Portfolio wird dabei stetig erweitert und umfasst eine Vielzahl unterschiedlichster Produkte in den Dimensionen von 16 bis 75 mm. Jedes Jahr werden bei uns in Königsberg mehrere Millionen Fittings aus PPSU produziert. Qualität made in Germany. Mit fränkische PPSU-Fittings und den perfekt dazu abgestimmten Alpex Mehrschichtverbund-Rohren kommt einfach zusammen. Was zusammen gehört. Was zusammen gehört. GmbH. 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 GmbH.